Yo, heute kommt wieder Reddit Cringe von FNAF. Das erste Bild, come on, what, was ist wenn FNAF Waffen hätte? Ja, ich glaube, so sehen die Animatorics aus, wenn man sie für den Krieg gemacht hätte. Auf jeden Fall, Bruder. Geil, okay, nice, nice, auf jeden Fall, nice. So, nix Bild. Freddy mit einer Pistole in der Hand. Ja, was sage ich dazu? So sehe ich aus, wenn ich bei FNAF, ne, wenn ich, ähm, ich weiß, oh fuck, jetzt passiert gleich was. Trotz ein bisschen lustig, trotzdem ein bisschen lustig, weiter geht's. Aha, das ist also die Among Us Variante von dem Minigame. Sieht eigentlich ganz cool aus, darüber lache ich jetzt nicht, weil es sieht cool aus. ja, das ist ziemlich cool. Holy shit, was ist das denn? Vegeta x Tochica. Warum sollte bitte ein FNAF eine Metronic mit Vegeta? wieder. Oh ne. Äh. Äh. Übrigens, viele Grüße geht schon mal jetzt an Burschi raus, der das Intro am Anfang des Videos gemacht hat. Dankeschön, Bro, gell. Dankeschön. Dankeschön. Nächstes Bild. Äh. WTF? Was ist das? Mängel als Ultra-Fett-Version, ey. Puh. Komm schon. Hör mir nicht genug langsam von diesen fetten, äh, FNAF Animatronics. Oh man. Langsam übertreiben sie es auch. Wie groß sollen die noch werden? Gutes Abend. Wie schlimm das Ding aussieht. Es schaut euch direkt in euren Körper rein und sagen so. Komm her. Ich werde dich aufessen. Nomm. Okay. Nächstes Bild. Oh Gott. Wie niedlich. Ein Purple Guy Bär. Ein Purple Guy Bär. Ja. Cool. Yay. Den kann man echt nicht. Der wurde wiedergeboren als Bär. Ja. What? Step. Step, Bro. Help me. I'm stuck in the wind. What are you doing, Step, Bro? Oh. Too heavy. Warum das Rot unter Springlabs Auge? Okay, nächstes Band. Ja, da sind wir gerade bei Animatorians gewesen, die ein bisschen, das sieht aus wie Mängel Schwangere, ne? Ähm, ja, wie gesagt, in den Knopf-Cringe-Episoden kommt immer so Bilder vor. Ich glaube, in Zukunft unterlasse ich es, solche Bilder mit reinzunehmen. Das ist jetzt endlich das Letzte. Und ab damit zum letzten Bild für heute. What the hell is this? Das ist ein Kunstwerk, wisst ihr? Das ist ein wahres Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk. Ja, übrigens, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken, teilen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Um nichts mehr zu verpassen. Ich geh mich kurz, ähm, ja, beruhigen von diesen Bildern. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder FNAF-Cringe-Bilder gibt. Wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.